Mein Name ist Maurelio, Maurelio Porzellani. So stand es in krakeliger Schrift auf einem Zettel, der an einem grauen Wintertag in einem Hausflur gefunden wurde. Samt einer Packung Kekse, einer Tüte Milch und einem Säugling. Die Kekse waren pappig, die Milch sauer, der Säugling war ich. In einen löchrigen Pullover gewickelt, in eine gammlige Sporttasche gesteckt und in den ungeputzten Flur geschoben, der nach Kohl und Katzen stank. Hab keine Angst, mein Goldener, mein Guter. Ich bin ein Findelkind. Wer weiß, wer meine Eltern waren. Ich erinnere mich nur an diese riesige Gestalt im Dunkeln. Ihre Stiefel und die geheimnisvollen Worte. Hab keine Angst. Hab keine Angst. Mein Goldener. Mein Goldener. Mein Guter. Zwölf Jahre und sechs Waisenhäuser später lüftete sich das Geheimnis meiner Herkunft. An die Stiefel sagst du. Wenn nicht ganz, so doch auf ungeahnte Weise. Du erinnerst dich an seine Stiefel? Es war sein Abendstag, Schwede. Der 6. Dezember, wenn St. Nikolaus die Schuhe mit Geschenken füllt. Es war Winter und die Stiefel waren nass vom Schnee. Du warst ein Säugling, Mücke. Du kannst dich nicht erinnern. Manches schon. Es waren seine Stiefel. Die Stiefel von St. Nikolaus. Die Schule der Weihnachtsmänner Ein Hörspiel in drei Teilen Von Karl-Heinz Kölnig Musik Rainer Quade Regie Martin Zöker und Gerrit Bohns Teil 1 Der Nebelberg Ich träume Manchmal träumte ich Dann ist es eng Dann war es eng und finster Wie in einem Brunnenschacht Das einzige Geräusch ist dieses Knarren Wie das Knarren alter Dielen Oder eines Schiffes auf dem Meer Eines Schiffes auf dem Meer Oder wie das Knarren schwerer Stiefel Oder wie das Knarren schwerer Stiefel Ruhig Schlaf weiter, Mücke Du hast nur geträumt Hast du es auch gehört, Schwede? Das Knarren Das warst du Du wälzt dich wie ein Seehund Er wird kommen, Schwede Sicher, Mücke St. Nikolaus ist unterwegs Er wird uns holen Schlaf jetzt Ich passe auf uns auf Der Schwede war mein bester Freund Damals in der Rampe So hieß unser Waisenhaus Startrampe Kompetenz für Kids Es war ein Wohnprojekt Für elternlose Jungen Nicht so trostlos Wie die Heime Wo ich vorher war Wir waren zwölf Und hatten eine eigene Etage Zehnter Stock Mit Aussicht auf die City Je zwei Jungen Teilten sich ein Zimmer Der Schwede und ich hatten Glück Aus unserem Fenster Sahen wir den Fernsehturm Der Schwede liebte diesen Turm Wie einen Bruder Jeden Morgen sprang er aus dem Bett Ans Fenster, um zu sehen Ob er noch dastand So als könnte ihn der Fernsehturm beschützen Wie der Schwede mich beschützt hat Damals Als ich noch ein Junge war Keiner wird uns holen, Mücke Das war im November Und der Schwede starrte in den Nebel Wo der Fernsehturm in seiner riesenhaften Pracht versunken war Keiner Mücke Nicht einmal die Spitze war noch zu erkennen Weil uns keiner will Weißt du, wie die Leute unsere Wohngemeinschaft nennen? Restaurampe Weil wir Abfall sind Vielleicht sind wir Brüder Schwede Was? Kann doch sein Bei der Geburt getrennt Das gibt es haufenweise Aber nicht bei uns Ich bin blond Und du hast schwarze Locken Erst nach fünf Jahren Führt uns das Schicksal zusammen Ich bin riesig Und du bist ein Knirps Doch das Bruderherz Erkennt den wahren Bruder Wir sind keine Geheimbrüder Solche Dinge gibt es nicht, Mücke Doch Bei Astrid Lindgren Astrid Lindgren gibt es auch nicht Und wer schreibt die Bücher? Amazon Die sitzen da in winzigen Büros Wie die Kaninchen Und schreiben sich die Finger wund Das sind Fabrikenmücke Um die Kinder zu betrügen Und am Ende Drucken sie ein Foto auf den Umschlag Und erfinden eine rührende Geschichte Hm? Astrid Lindgren gibt es nicht Genauso wenig wie geheime Brüder Und den Weihnachtsmann Astrid Lindgren ist vielleicht erfunden Aber nicht der Nikolaus Er ist älter als das Internet Es hat ihn schon vor Amazon gegeben Wer sagt das? Google Und ich Ich habe ihn gesehen, Schwede Und ich höre ihn im Traum Er ist unterwegs Er wird uns finden Und dann? Nimmt er uns mit Ins Weihnachtsland Nach Hause Heute weiß ich selbst nicht mehr Warum ich das erzählte Ich war zwölf Da sollte man an andere Sachen glauben An die Zukunft beispielsweise Oder die Vernunft Maurilio Du siehst doch ein, dass es den Weihnachtsmann nicht gibt Frau Dr. Grillert Krampf War unsere Bezugsbetreuerin Wir nannten sie die Grille Ihr winziges Büro war vollgestellt mit einem riesigen Aquarium Wenn sie am Schreibtisch saß Schwebten hinter ihr die Fische bunt wie Christbaumkugeln auf und nieder In unserer Entwicklung spielen Träume eine große Rolle Sie sind wichtig, um zu reifen Aber um zu reifen Müssen wir von reifen Dingen träumen Beispielsweise Einem Arbeitsplatz Gesicherten Verhältnissen Einer stabilen Partnerschaft Maurilio Kannst du die Welt betrachten, wie sie wirklich ist? Ich weiß, das ist nicht ganz so unterhaltsam wie vom Weihnachtsmann zu träumen Aber wenn du dich den Tatsachen des Lebens stellst In einem Wald vor unserer Zeit In dem die Bäume hoch wie Kathedralen wuchsen Wanderte St. Nikolaus durch tiefen Schnee Sein Bischofsstab zerfurchte die verschneiten Wege Bei jedem Schritt klirrte das Eis in seinem Bad Und an einer langen Kette zog er eine hagere Gestalt hinter sich her Die ihm hechelnd folgte Das war Hellig Der wandelbare Teufel Sein Gesicht war frech und listig Seine Zunge dünn und rot Aus den Schläfen loderte das Haar in hellen Flammen Und auf seinem Rücken trug er einen schweren Sack Hörst du mir zu, Maurelio? Die ganze Zeit Also, der Weihnachtsmann gewöhnt uns Kinder an die Rolle des Passivbeschenkten Statt uns zu ermutigen, das Leben selber zu gestalten Maurelio, mit deinen Nikolaus-Geschichten konstruierst du eine Harmonie, die es in Wirklichkeit nicht gibt Ich weiß, Frau Dr. Grellert-Krampf Der Weihnachtsmann beruht auf religiösen Dogmen und fragwürdigen historischen Fakten Wir sprechen uns nächste Woche Ruf den Schweden rein Ach, und Maurelio Wer ist dieser Helligin? Ich habe nie von ihm gehört Ruppe! Krampus! Helligin! Ho! 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 Wer überwindet Zeit und Raum? Wer öffnet Schloss und Türen? Wer schwingt sich aus dem Nebelgrau des Himmels auf den höchsten Turm der Stadt? Eine hagere Gestalt in rußverschmierter Hose, schwarzer Mütze, einer Weste aus verdrecktem Fell Durch den Qualm der Kohleöfen, durch die winterliche Nacht, späht er über Dächer und Kamine Wo hast du dich versteckt, mein Goldner, mein Guter? Da, im zehnten Stock, am offenen Fenster, starrt ein Junge durch die Nacht, um im Graupelschnie den Fernsehturm zu suchen Winterblaue Augen, struppig blondes Haar und ein Blick, so sehnsuchtsvoll und traurig Dass er bis nach Schweden reicht, wo die Winter lang, die Nächte weiß und die Menschen groß wie Bären sind Nicht, dass ich dran glaubte, Mücke, aber dieses Weihnachtsland, wie sieht es aus, also wenn es das geben würde? Die Berge dort sind höher als die Sterne Die Wälder dort sind älter als die Zeit Und der Schnee ist wie ein Meer aus Apfelblüten Der zweite Junge ist ein Knirps So schmächtig, dass der nächtliche Besucher seine Augen katzengleich verengt Schwarze Locken, schwarze Augen, zählig wie ein Prinz aus ferner Zeit Raubtierartig gleitet die Gestalt die Kuppel abwärts bis ins Schneefanggitter, das den Turm entgeht Graupelschnie fängt sich in Bad und Braun Raubtieraugen funkeln durch die Nacht Bist du es, der den ich suche, mein Goldner, mein Guter? Dieser Weihnachtswann, ich meine Nikolaus, ist er das ganze Jahr auf Wanderschaft oder hat er auch ein Haus? Er lebt in einem Leuchtturm, Schwede In den Bergen? Dieser Leuchtturm war schon vor den Bergen da Wie sieht er aus? Der Leuchtturm? Nikolaus, du hast ihn doch gesehen Er ist stark und mutig, edel, groß und schön Und sein Diener? Helikin? Ich dachte, er heißt Ruprecht Helikin hat viele Namen und Gestalten Stammt das auch von Google? Nein, das habe ich geträumt Ich träumte Ich träume Wie der Unbekannte sich vom Schneefanggitter löst Wie er auf uns zugeflogen kommt Schwarz und lautlos wie ein Rabe Wie ein Schatten tritt er durch das Fenster Sieht sich wie ein Dieb im Zimmer rum Wie ein Dieb betrachtet er den Schweden Und mit Diebes Händen Ich versinke in der Dunkelheit des Korbens Ich versinke in der Dunkelheit des Korbens Wie in einem Brunnenschacht Immer tiefer Wie in einem Brunnenschacht Bruder Bruder Zwerg, wach auf! In alter Zeit Am blauen Meer Unter dem strengen Zepter Roms War Nikolaus Vor fast 2000 Jahren Bischof von Myra Myra liegt in der heutigen Türkei Und deshalb wird von einigen behauptet Nikolaus sei Türke Bruder Zwerg Mein ich nur gut mit dir, wach auf! Umbraust vom Meer Erfüllt von Gottes Liebe War Nikolaus ein schöner junger Mann Sein stolzer Blick Die federnde Gestalt Und seine starken Arme Helfen ihm dabei Den Schwachen beizustehen Streit zu schlichten Und bei Nacht die Häuserwände zu erklimmen Um den Armen heimlich eine Handvoll Gold Aufs Fensterbrett zu legen Ich glaube Bruder, wenn du nicht aufwachst Es ist dein Frühstück Ich erwachte vom Geruch gebrannter Mandeln Marzipan und Karamell Neben mir auf einem rotkarierten Bett Saß ein wahrer Trumpf von einem Jungen Tätowiert Ein Basecap auf dem Schädel Und die Backen voll mit Schokopops Bruder Hast du Hunger, Bruder? Der tätowierte Junge hatte Arme wie der Hulk Und war gespickt mit Piercings Auf die Knöchel seiner rechten Hand War in Großbuchstaben das Wort Trotzdem tätowiert Auf der linken Faust Stand Danke Bin ich für den Bruder Welcher Knast bist du? Äh, Knast? Ich komme aus der Rampe Ein Wohnprojekt Egal, wie heißt du, Bruder? Mücke Mücke? Bist du Türke? Nein, also... Ich weiß nicht Egal, sind wir jetzt Brüder, Bruder? Wer hat dich entführt? Wenn ich das wüsste Wo... Wo sind wir überhaupt? Egal, erzähl ich dir Was glaubst du? Lieg ich nachts in der Zelle Plötzlich steht dieser Typ krass wie Derwisch Weißt du? Schwarz wie Teufel Guckt mich an Ich so Was guckst du? Packt er mich an und steckt mich rein in den Kolb? Erwach ich? Bin ich hier im Paradies? Im Paradies? Zum ersten Mal sah ich mich um Wir befanden uns in einem Schlafsaal Aber wenn ich Schlafsaal sage Meine ich den schönsten Schlafsaal auf der Welt Durch ein riesengroßes Fenster floss der Morgen in den Saal Blau und winterlich Durch rot lackierte Sprossen Alle Wände waren bunt bemalt mit weihnachtlichen Szenen Schlitten glitten durch verschneite Dörfer Elfen trugen Lichterkränze auf dem Kopf Zwerge bliesen in Trompeten Und auf silberhellen Schienen dampfte eine Spielzeugblock heran Aber dieser Zug war echt Wie auf einer Achterbahn Zwirbelten und drehten sich die Schienen durch den Saal Stiegen hoch und senkten sich auf rotkarierte Betten Fuhren drumherum und unter ihnen durch Lauter frisch gemachte rotkarierte Betten Aber keines ist auf unsere Waffe liegt Puderzucker steugte von den Schienen Als die bunt lackierte Lok jetzt kurz auf unsere Betten nahm Die Waggons gefüllt mit Süßigkeiten Und auf einmal sprang die Tür des Führerhäuschens auf Trinken und essen Niemals vergessen Ein Spielzeug kleiner Nussknacker mit pelzbesetzter Mütze Warf uns eine Kusshand zu Und dampfte weiter Während ich entgeistert auf den Sack voll Süßigkeiten starrte Der auf meinem Kissen lag Hast du keinen Hunger, Bruder? Es ist deine Portion Ich vermisse meinen Freund Den Schweden Ist er Türke? Nee Welcher Knast? Egal Steht am Fenster schon die ganze Zeit Mücke Bist du endlich wach? Komm her, das musst du sehen Alles ist wie du gesagt hast, Mücke Die Berge hoch wie Sterne Der Schnee ist Apfelblütenweiß Und der Wald Der Wald erstreckte sich zu unseren Füßen Wie ein schaumgekröntes Meer Nie zuvor Und niemals wieder Sah ich einen solchen Wald Aus dem scheunengroßen Fenster Stürzte unser Blick in eine Tiefe Die sich sanft in dem schneebedeckten Wald verlor Golden schimmerte die Sonne in den Wipfel Eisgekrönte Berge Funkelten im Morgenlicht Boah, krass Wie du geträumt hast, Mücke Nur der Leuchtturm fehlt Voll krass da oben, siehst du? Was? Der Typ in Schnee Am Rand von Wald Ist schwarze Teufel Wie mich hat ein Korb gesteckt Tatsächlich Eine hagere Gestalt in roßverschmierter Hose Schwarzer Mütze Einer Weste aus verdrecktem Fell War soeben im Begriff im Waldesdickig zu verschwenden Mühelos durchpflügte er den Schnee Der bis an den Rand des Korbes reichte Der auf seinem Rücken saß Zweifellos Er war es Helekin? Als riefe jemand ihn beim Namen Wannte er sich plötzlich um Aus dem Schattenblau des Waldes Starrten seine Raubtieraugen bis zu uns hinauf Ach, da sind ja meine Hübschen Wie vom Blitz getroffen drehten wir uns um Flöhe, Kinder, Weihnachtsfänger Im raschen Trippelschrittchen kurfte eine seltsame Erscheinung auf uns zu Als hätte ich nicht schon genug am Hals, wenn ich einen hätte Durch das Labyrinth der rotkarrierten Betten wackelte ein Doktorhut Ein sehr hoher schwarzer Samtzylinder, dem statt einer Quaste eine Weihnachtskugel vom Hutdecke baumelte Als er das letzte Bett umrundet hatte, zeigte sich das Männlein, das sich unter ihm verbarg Gut, dass ich euch finde, es ist allerhöchste Zeit Der Doktorhut mit Weihnachtskugelquaste saß auf einem kürbisgroßen Zwerg in weißem Kittel, der ein Klemmbrett bei sich trug, auf dessen Zettelwuster unablässig kritzelte und korrigierte Äh, Schranz, mein Name, Doktor Schranz Ihr seid die Neun? Wir Die letzten Drei, um ganz genau zu sein Wo haben wir euch denn? Verzeihung, wir Ruhe Äh, meh, 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 Fittim Bin ich Fittim, Bruder? Welche Knast sind wir? Äh, Knast, du bist im Weihnachtsland, in einer Schule Also doch im Knast Äh, ähm, Fittim, meh, 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 erledigt Der Nächste, bitte? Äh, Verzeihung Bitte sehr Wenn wir uns hier im Weihnachtsland befinden, ist dies das Haus vom... Weihnachtsmann, wer sollte sonst in diesem Plunder wohnen? Äh, wo war ich? Also ist es wahr Er hat mich nicht vergessen Schwede Komma der Hier Ach, das kannst nur du sein Blond wie Knäckebrot und rank wie eine Tanne, was für ein Prachtgeschöpf Erledigt Erledigt Nun zum Allerletzten Porcellani Maurelio Maurelio Man nennt mich Mücke Tja, das tut mir leid Porcellani Porcellani Das bin ich Maurelio 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 Porcellani Das muss ein Irrtum sein Wir nehmen keine Zwerge Was hat der Aschenmann sich bloß dabei gedacht? Singt es laut Singt es täglich Singt es täglich Ein anderes Weihnacht Hey Das neue Weihnachtsmotto Die Einschulung beginnt Wir müssen uns beeilen Die Einschulung? Einschulung? Für zwei von euch Die Motte nicht Singt es laut Huch Beeilt euch Mädels Der Weihnachtsmann erwartet uns Der Weihnachtsmann? Ich komme mit Ich bin da Ein Zwerg Du bist ein Zwerg Und dies ist eine Schule Die Schule der Weihnachtsmänner Der Stolz des Universums Unsere Absolventen sind die Riesen des Gewerbes Keine Gnome, keine Wichtel, keine Weihnachtszwerge Du küsst kein Zwerg Was sonst? Er ist mein Bruder Ach Tut mir leid, es gibt Statuten Keine Zwerge, keine Stammler, keine Rollstuhl Hast du Ohrprobleme? Alle drei kommen Die Tim, Schwede, Bruder Zwerg Leider ist Gewalt kein Mittel Um den Weihnachtsmann zu überzeugen Aber mich Okay Die Motte ist dabei Jetzt lass mich runter Haben Sie sich wehgetan, Herr Doktor? Habe ich ihn nur gestreichelt Trotzdem Danke Hutsch, bevor die Tore schließen Und betet, dass der Weihnachtsmann die Motte nicht bemerkt Wie hämmerte mein Herz Als wir dem Strom der Schüler folgten Die sich durch einen langen Flur ins Freie drängten Die Luft war knisterkalt Der Himmel blau Die Sonne wie gefroren Die Schule klebte wie ein Schweibennest an einem Fels Von dem ein schmaler Pfad hinab in schwindeligste Tiefen führte Krass Als wir nach oben blickten Sahen wir die bunt gescheckte Kolonie aus Zimmerchen und Häuschen Die sich in die Felswand kreipten Und verbunden über Brücken, Leiterchen und Treppchen bis zum Gipfel reichten Gehört das alles zur Schule? Der Nebelberg, mein Hübscher, ist die Schule Klassenräume, Sprachlabore, Werkstatt und Fabriken Euer Schlafsaal ist nur einer unter vielen Alles, was du siehst, gehört dem Weihnachtsmann Oben war der Berg gekrönt von einer Wolke Die wie Zuckerwatte um den Gipfel saß Aus dem schimmernd weißen Nebel Schraubte sich in einer glitzernden Spirale Eine Straße bis zu uns herab Ein Juwel der Ingenieurskunst Diese Leichtbau-Konstruktion führt uns zum Palast des Weihnachtsmannes Angeführt von einer Blaskapelle Deren goldene Trompeten in der Sonne blitzten Wälzte sich der Schülerstrom berg an Hunderte von Jungen wogten über die geländerlose Straße Die sich in der glirrend blauen Luft nach oben drehte Schwebend wie ein schneebestäubtes Band Mir ist schwindelig wieder Schau nur auf deine Füße, Mücke Und nicht nach unten Unter unseren Füßen war das blanke Eis Statt mit Asche hatte man den Anstieg Wie ein Kuchenblech mit Süßigkeiten überstreut Klasse Während ich versuchte, nicht an den Abgrund unter uns zu denken Knirschten unter meinen Sohlen Gummibärchen und Lakritz Um uns Nichts als blauer Himmel Unter uns die Winterluft In mir Pochten Angst und Schwindel Keine Wange, Mücke Immer langsam Hilfe! Hilfe! Schwede Nicht bewegen, Mücke Nicht bewegen Einfach liegen bleiben Und schau nicht da unten Leicht gesagt Ich lag am Abgrund Unter mir drei Meilen Luft Lass die Motte liegen Die Zeremonie beginnt Ruhig Keine Panik Ich robbe mich jetzt vorwärts Und dann nimmst du meine Hand Ich kann nicht Vorsicht, Schwede Ganz ruhig Ach, die Blaskapelle ist schon im Palast verschwunden Die Tore schließen Kümmert euch nicht mehr um das Insekt Aus den Augenwinkeln sah ich den Palast im Nebelschimmer Vielleicht hab ich dich Er war gar nicht weit entfernt Auf den Zinnen knattert und fahrt Okay, auf drei Während sich das grün umgrenzte Tor des Hauptgebäudes langsam aber sicher hinter einem Pulk von Schwiegern schloss Nein Na also Wenn wir uns beilen, schaffen wir es noch Zu spät Brüder Was ist denn in den Gummibärchen Wieso fragst du? Hab ich Halluzination? Sehe ich große Schlitten kommen Wo? Da, Pferde mit Geweih Und in der Küche sitzt die Mom Die Mom mit Mütze Muss ich euch den Weihnachtsmann beschreiben? Er sieht aus wie das gemalte Glück Rote Bäckchen Rote Nase Rote Mütze Rote Stiefel Rote Hosen Roter Wams Wen haben wir denn da? In dem Bad des Weihnachtsmannes Kringeln sich die Löckchen vor Vergnügen Und aus himmelblauen Augen Lacht die Fröhlichkeit Worauf wartet ihr? Ihr scheint zu frieren Kommt Ich nehme euch im Schlitten mit Wartet Halt Ich meine Ehre, Lob und Preis Dem einzig wahren Weihnachtsmann Franz Mein Assistent und Schuldirektor Du siehst mitgenommen aus Allerdings Gebieter des Lamettas Diese Kinder haben mich bedroht Diese netten Jungen Seht euch den Gepiersten an Ey, bist du monstern, Bruder? Gewissermaßen Stell dir vor Ich kriege Post aus Pakistan, Afghanistan und Mekka Und aus China, Herr Aus Indien Und Japan Moslems, Christen und Buddhisten Juden, Hindus, Atheisten Alle Kinder schreiben mir Einmal hast du mir geschrieben Was fällt dir ein, den Weihnachtsmann zu duzen? Nur ein Zettel und mein Name Damals, weißt du noch? Maurelio Wer ist der kleine Mann? Tut mir leid Der Aschenmann hat sich vergriffen In der Tat Du bist zwar schwarz gelockt Und zierlich wie ein Prinz Aus ferner Zeit Aber leider viel zu klein Um Weihnachtsmann zu werden Er wird wachsen Ich verspreche es Zweifellos Das wird er Aber nicht so groß wie du Er ist mein Bruder Unsere Familie wächst wie Gras Wie Bambus Manche Kinder wachsen wirklich schnell wie Pilze Lasst euch nicht von seinen blauen Augen täuschen Also warum nicht? Steigt rein Auf euch warten neue Kameraden Ho, 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 ho Hier kommt der Weihnachtsmann Was das Schönste war an diesem Morgen? Nicht die Schlittenfahrt Der frunkelnde Palast Nicht die langen Tische Die sich unter Süßigkeiten brocken Nicht der Kerzenschimmer Nicht der Stolz in unserer Brust Als der Weihnachtsmann uns neben sich An seinem Tisch platzierte Nein Das Allerschönste an dem Morgen war Die Stille Und der Glanz in den Gesichtern Als der Weihnachtsmann das Wort ergriff Willkommen Welcome Sayonara In der schönsten Schule auf der Welt Jedem Einzelnen von euch Ich sind schlimme Dinge widerfahren Straßen, Kinder, Bettelbanden Ihr seid Schüler einer schlimmen Schule Schüler einer schlimmen Welt Aber hier in unserer Schule lernt ihr Wie man Glück verbreitet Wie man Glück hat einen Namen Es heißt Weihnachtszeit Das ist kein Geschäft für Kinder Das ist ein Geschäft für euch Denn der Aschenmann hat euch als Jungen in den Korb gesteckt Damit ihr Männer werdet Weihnachtsmann Helft im Weihnachtsmann Denn ein anderes Weihnachten ist möglich Dazu braucht es echte Kerle Dazu braucht es euch Ho 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 Sonst ist nicht mehr viel am ersten Tag passiert Nach dem Abendessen Fielen wir wie Steine in die rotkarierten Betten Im Schlafsaal knisterte ein riesiger Kamin Durch das Fenster leuchteten die Sterne Es sah aus Als schliefen wir im All Schläfst du schon? Ich kann nicht schlafen Denkst du an den Weihnachtsmann? Mach dir keine Sorgen Dass er dich nicht gleich erkannt hat Er hat ziemlich viel zu tun Morgen zeigst du ihm den Zettel mit dem Namen Er ist es nicht Wie meinst du das? Die Stiefel Die sind neu Er ist es nicht Na und? Er hat die Alpen durchgelaufen Seine Stimme Seine Augen Er sieht völlig anders aus Er hat nur ein bisschen zugenommen Bei dem ganzen Süßkram hier Es ist etwas unsichtbares Schwede Irgendetwas stimmt hier nicht Vielleicht stimmt hier etwas mit deiner Geschichte nicht Vielleicht hat der Weihnachtsmann mit all dem nichts zu tun Vielleicht hat dich irgendein Idiot mit einer Packung Kekse in den Flur geschoben Und den Rest hast du dir ausgedacht Hörst du, wie die Wölfe heulen? Wölfe gibt's nur Märchen Schlaf jetzt, Mückel Ich passe auf uns auf Schlaf jetzt, Mückel Schlaf jetzt, Mückel Vielen Dank. Ihr seid Schüler einer schlimmen Schule, Schüler einer schlimmen Welt. Aber hier in unserer Schule lernt ihr, wie man Glück verbreitet, wie man Glück hat einen Namen. Es heißt Weihnachtszeit. Das ist kein Geschäft für Kinder. Das ist ein Geschäft für euch. Ho, 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 ho. Denn der Aschenmann hat euch als Jungen in den Korb gesteckt, damit ihr Männer werdet. Weihnachtsmänner. Helft dem Weihnachtsmann. Denn ein anderes Weihnachten ist möglich. Dazu braucht es echte Kerle. Dazu braucht es euch. Ho, 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 ho. Sonst ist nicht mehr viel am ersten Tag passiert. Nach dem Abendessen fielen wir wie Steine in die rotkarierten Betten. Im Schlafsaal knisterte ein riesiger Kamin. Durch das Fenster leuchteten die Sterne. Es sah aus, als schliefen wir im All. Schläfst du schon? Ich kann nicht schlafen. Denkst du an den Weihnachtsmann? Mach dir keine Sorgen, dass er dich nicht gleich erkannt hat. Er hat ziemlich viel zu tun. Morgen zeigst du ihm den Zettel mit dem Namen und... Er ist es nicht. Wie meinst du das? Die Stiefel. Die sind neu. Nein. Er ist es nicht. Na und? Er hat die Alpen durchgelaufen. Seine Stimme. Seine Augen. Er sieht völlig anders aus. Er hat noch ein bisschen zugenommen. Bei dem ganzen Süßkram hier. Es ist etwas unsichtbares, Schwede. Irgendetwas stimmt hier nicht. Vielleicht stimmt ja etwas mit deiner Geschichte nicht. Vielleicht hat der Weihnachtsmann mit all dem nichts zu tun. Vielleicht hat dich irgendein Idiot mit einer Packung Kekse in den Flur geschoben. Und den Rest hast du dir ausgedacht. Hörst du, wie die Wölfe heulen? Wölfe gibt's nur Märchen. Schlaf jetzt, Mückel. Ich passe auf uns auf. Das einzige Geräusch ist dieses Knarren. Wie das Knarren alter Dielen oder eines Schiffes auf dem Meer. Eines Schiffes auf dem Meer. Oder wie das Knarren schwerer Stiefel. Oder wie das Knarren schwerer Stiefel. Ruhig. Schlaf weiter, Mückel. Du hast nur geträumt. Hast du es auch gehört, Schwede? Das Knarren. Das warst du. Du wälzt dich wie ein Seehund. Er wird kommen, Schwede. Sicher, Mückel. St. Nikolaus ist unterwegs. Er wird uns holen. Schlaf jetzt. Ich passe auf uns auf. Der Schwede war mein bester Freund. Damals in der Rampe. So hieß unser Waisenhaus. Startrampe. Kompetenz für Kids. Es war ein Wohnprojekt für elternlose Jungen. Nicht so trostlos wie die Heime, wo ich vorher war. Wir waren zwölf. Und hatten eine eigene Etage. Zehnter Stock. Mit Aussicht auf die City. Je zwei Jungen teilten sich ein Zimmer. Der Schwede und ich hatten Glück. Aus unserem Fenster sahen wir den Fernsehturm. Der Schwede liebte diesen Turm wie einen Bruder. Jeden Morgen sprang er aus dem Bett ans Fenster, um zu sehen, ob er noch dastand. So als könnte ihn der Fernsehturm beschützen. Wie der Schwede mich beschützt hat. Damals. Als ich noch ein Junge war. Keiner wird uns holen, Mücke. Das war im November. Und der Schwede starrte in den Nebel, wo der Fernsehturm in seiner riesenhaften Pracht versunken war. Keiner, Mücke. Nicht einmal die Spitze war noch zu erkennen. Weil uns keiner will. Weißt du, wie die Leute unsere Wohngemeinschaft nennen? Reste Rampe. Weil wir Abfall sind. Vielleicht sind wir Brüder, Schwede. Was? Kann doch sein. Bei der Geburt getrennt. Das gibt es haufenweise. Aber nicht bei uns. Ich bin blond und du hast schwarze Locken. Erst nach fünf Jahren führt uns das Schicksal zusammen. Ich bin riesig und du bist ein Knirps. Doch das Bruderherz erkennt den wahren Bruder. Wir sind keine Geheimbrüder. Solche Dinge gibt es nicht, Mücke. Doch, bei Astrid Lindgren. Astrid Lindgren gibt es auch nicht. Und wer schreibt die Bücher? Amazon. Die sitzen da in winzigen Büros wie die Kaninchen und schreiben sich die Finger wund. Tut mir leid, der Aschenmann hat sich vergriffen. In der Tat. Du bist zwar schwarz gelockt und zierlich wie ein Prinz aus ferner Zeit. Aber leider viel zu klein, um Weihnachtsmann zu werden. Er wird wachsen. Ich verspreche es. Zweifellos. Das wird er. Aber nicht so groß wie du. Er ist mein Bruder. Unsere Familie wächst wie Gras. Wie Bambus. Manche Kinder wachsen wirklich schnell wie Pilze. Lasst euch nicht von seinen blauen Augen täuschen. Also warum nicht? Steigt ein. Auf euch warten neue Kameraden. Ho, 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 ho. Hier kommt der Weihnachtsmann. Weihnachtsmann. Was das Schönste war an diesem Morgen? Nicht die Schlittenfahrt. Der frunkelnde Palast. Nicht die langen Tische, die sich unter Süßigkeiten bogen. Nicht der Kerzenschimmer. Nicht der Stolz in unserer Brust, als der Weihnachtsmann uns neben sich an seinem Tisch platzierte. Nein. Das Allerschönste an dem Morgen war die Stille und der Glanz in den Gesichtern, als der Weihnachtsmann das Wort ergriff. Willkommen. Welcome. Sayonara. In der schönsten Schule auf der Welt. Jedem Einzelnen von euch sind schlimme Dinge widerfahren. Straßen, Kinder, Bettelbanden, Weißner, Schlimmenschule, Schüler einer schlimmen Welt. Aber hier in unserer Schule lernt ihr, wie man Glück verbreitet. Wie man Glück hat einen Namen. Es heißt Weihnachtszeit. Das ist kein Geschäft für Kinder. Das ist ein Geschäft für euch. Denn der Aschenmann hat euch als Jungen in den Korb gesteckt, damit ihr Männer werdet. Weihnachtsmann. Helft im Weihnachtsmann. Denn ein anderes Weihnachten ist möglich. Dazu braucht es echte Kerle. Dazu braucht es euch. Ho, 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 ho. Sonst ist nicht mehr... Oben war der Berg gekrönt von einer Wolke, die wie Zuckerwatte um den Gipfel saß. Aus dem schimmernd-weißen Nebel schraubte sich in einer glitzernden Spirale eine Straße bis zu uns herab. Ein Juwel der Ingenieurskunst. Diese Leichtbau-Konstruktion führt uns zum Palast des Weihnachtsmannes. Angeführt von einer Blaskapelle, deren goldene Trompeten in der Sonne blitzten, wälzte sich der Schülerstrom berg an. Hunderte von Jungen wogten über die geländerlose Straße, die sich in der glirrend blauen Luft nach oben drehte, schwebend wie ein schneebestäubtes Band. Mir ist schwindelig, Schwede. Schau nur auf deine Füße, Mücke, und nicht nach unten. Unter unseren Füßen war das blanke Eis. Statt mit Asche hatte man den Anstieg wie ein Kuchenblech mit Süßigkeiten überstreut. Krass! Während ich versuchte, nicht an den Abgrund unter uns zu denken, Krass! knirschten unter meinen Sohlen Gummibärchen und Lakritz. Krass! Um uns, nichts als blauer Himmel. Unter uns die Winterluft. In mir pochten Angst und Schwindel. Keine Wange, Mücke. Immer langsam. Schiff, schiff, schiff! Hilfe! Schwede! Nicht bewegen, Mücke! Nicht bewegen! Einfach liegen bleiben und schau nicht nach unten! Leicht gesagt. Ich lade am Abgrund. Unter mir drei Meilen Luft. Lass die Motte liegen! Die Zeremonie beginnt! Ruhig! Keine Panik! Ich robbe mich jetzt vorwärts und dann nimmst du meine Hand! Ich kann nicht! Vorsicht, Schwede! Ganz ruhig! Hoch! Die Blaskapelle ist zu einem Palast verschwunden! Die Tore schließen! Kümmert euch nicht mehr um das Insekt! Aus den Augenwinkeln sah ich den Palast im Nebelschimmer. Gleich hab ich dich! Er war gar nicht weit entfernt. Auf den Zinnen knattert und fahrt. Auf frei! Während sich das grün umgrenzte Tor des Hauptgebäudes langsam, aber sicher hinter einem Pulk von Schwiegern schloss. Nein! Also warum nicht? Steigt rein! Auf euch warten neue Kameraden! Ho, 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 ho! Hier kommt der Weihnachtsmann! Was das Schönste war an diesem Morgen? Nicht die Schlittenfahrt, der funkelnde Palast. Nicht die langen Tische, die sich unter Süßigkeiten brugen. Nicht der Kerzenschimmer, nicht der Stolz in unserer Brust, als der Weihnachtsmann uns neben sich an seinem Tisch platzierte. Nein! Das Allerschönste an dem Morgen war die Stille und der Glanz in den Gesichtern, als der Weihnachtsmann das Wort ergriff. Willkommen, welcome, sayonara in der schönsten Schule auf der Welt. Jedem Einzelnen von euch sind schlimme Dinge widerfahren, Straßenkinder, Bettelbanden. Ihr seid Schüler einer schlimmen Schule, Schüler einer schlimmen Welt. Aber hier in unserer Schule lernt ihr, wie man Glück verbreitet. Wie man Glück hat einen Namen. Es heißt Weihnachtszeit. Das ist kein Geschäft für Kinder. Das ist ein Geschäft für euch. Denn der Aschenmann hat euch als Jungen in den Korb gesteckt, damit ihr Männer werdet. Weihnachtsmänner, helft im Weihnachtsmann. Denn ein anderes Weihnachten ist möglich. Dazu braucht es echte Kerle. Dazu braucht es euch. Ho, 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 ho. Sonst ist nicht mehr viel am ersten Tag passiert. Nach dem Abendessen fielen wir wie Steine in die rotkarierten Betten. Im Schlafsaal knisterte ein riesiger Kamin. Durch das Fenster leuchteten die Sterne. Möcke. Es sah aus, als schliefen wir im All. Schläfst du schon? Ich kann nicht schlafen. Denkst du an den Weihnachtsmann? Mach dir keine Sorgen, dass er dich nicht gleich erkannt hat. Er hat ziemlich viel zu tun. Morgen zeigst du ihm den Zettel mit dem Namen. Nicht die Schlittenfahrt, der frunkelnde Palast. Nicht die langen Tische, die sich unter Süßigkeiten brugen. Nicht der Kerzenschimmer. Nicht der Stolz in unserer Brust, als der Weihnachtsmann uns neben sich an seinem Tisch platzierte. Nein, das Allerschönste an dem Morgen war die Stille und der Glanz in den Gesichtern, als der Weihnachtsmann das Wort ergriff. Willkommen, welcome, sayonara in der schönsten Schule auf der Welt. Jedem Einzelnen von euch sind schlimme Dinge widerfahren. Straßen, Kinder, Bettelbanden, weißen, schlimmen Schule, Schüler einer schlimmen Welt. Aber hier in unserer Schule lernt ihr, wie man Glück verbreitet. Wie man Glück hat einen Namen. Es heißt Weihnachtszeit. Das ist kein Geschäft für Kinder. Das ist ein Geschäft für euch. Denn der Aschenmann hat euch als Jungen in den Korb gesteckt, damit ihr Männer werdet. Weihnachtsmann. Helft dem Weihnachtsmann. Denn ein anderes Weihnachten ist möglich. Dazu braucht es echte Kerle. Dazu braucht es euch. Ho, 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 ho. Sonst ist nicht mehr viel am ersten Tag passiert. Nach dem Abendessen fielen wir wie Steine in die rotkarierten Betten. Im Schlafsaal knisterte ein riesiger Kamin. Durch das Fenster leuchteten die Sterne. Es sah aus, als schliefen wir im All. Schläfst du schon? Ich kann nicht schlafen. Denkst du an den Weihnachtsmann? Mach dir keine Sorgen, dass er dich nicht gleich erkannt hat. Er hat ziemlich viel zu tun. Morgen zeigst du ihm den Zettel mit dem Namen und... Er ist es nicht. Wie meinst du das? Die Stiefel. Die sind neu. Er ist es nicht. Na und? Er hat die Alpen durchgelaufen. Seine Stimme. Seine Augen. Er sieht völlig anders aus. Mühelos in einen Korb auf seinem Rücken. Und der Schwede rührt sich nicht. Als wollte er gestohlen werden. Bist du es? Zögernd sieht der schwarze Mann mich an. Der, den ich suche? Dann ergreift er mich mit schaufelgroßen Händen. Und als wollte ich gestohlen werden, wehre ich mich nicht. Ich versinke in der Dunkelheit des Korbens. Ich versinke in der Dunkelheit des Korbens. Wie in einem Brunnenschacht. Immer tiefer. Wie in einem Brunnenschacht. Bruder! Bruder Zwerg, wach auf! In alter Zeit, am Blauen Meer, unter dem strengen Zepter Roms, war Nikolaus vor fast 2000 Jahren Bischof von Myra. Myra liegt in der heutigen Türkei. Und deshalb wird von einigen behauptet, Nikolaus sei Türke. Bruder Zwerg, mein ich nur gut mit dir. Wach auf! Umbraust vom Meer, erfüllt von Gottes Liebe, war Nikolaus ein schöner junger Mann. Sein stolzer Blick, die federnde Gestalt und seine starken Arme halfen ihm dabei, den Schwachen beizustehen, Streit zu schlichten und bei Nacht die Häuserwände zu erklimmen, um den Armen heimlich eine Handvoll Gold aufs Fensterbrett zu legen. Ich glaube, Bruder, wenn du nicht aufwachst, es ist dein Frühstück. Ich erwarte vom Geruch gebrannter Mandeln, Marzipan und Karamell. Neben mir, auf einem rotkarierten Bett, saß ein wahrer Trumpf von einem Jungen. Tätowiert, ein Basecap auf dem Schädel und die Backen voll mit Schokopups. Bruder, hast du Hunger, Bruder? Der tätowierte Junge hatte Arme wie der Hulk und war gespickt mit Piercings. Auf die Knöchel seiner rechten Hand war in Großbuchstaben das Wort trotzdem tätowiert. Auf der linken Faust stand Danke. Bin ich für den Bruder. Welcher Knast bist du? Äh, Knast? Ich komme aus der Rampe, einem Wohnprojekt. Egal, wie heißt du, Bruder? Mücke. Mücke? Bist du Türke? Nein, also, ich weiß nicht. Egal, sind wir jetzt Brüder, Bruder? Wer hat dich entführt? Wenn ich das wüsste, wo, wo sind wir überhaupt? Egal, erzähle ich dir. Auf die Knöchel seiner rechten Hand war in Großbuchstaben das Wort trotzdem tätowiert. Auf der linken Faust stand Danke. Bin ich für den Bruder. Welcher Knast bist du? Äh, Knast? Ich komme aus der Rampe, einem Wohnprojekt. Egal, wie heißt du, Bruder? Mücke. Mücke? Bist du Türke? Nein, also, ich weiß nicht. Egal, sind wir jetzt Brüder, Bruder. Wer hat dich entführt? Wenn ich das wüsste, wo, wo sind wir überhaupt? Egal, erzähle ich dir. Was glaubst du? Lieg ich nachts in der Zelle, plötzlich steht dieser Typ krass wie Derwisch. Weißt du? Schwarz wie Teufel. Guckt mich an. Ich so. Was guckst du? Packt er mich an und steckt mich rein in den Kolb? Erwach ich? Bin ich hier? Im Paradies? Im Paradies? Zum ersten Mal sah ich mich um. Wir befanden uns in einem Schlafsaal. Aber wenn ich Schlafsaal sage, meine ich den schönsten Schlafsaal auf der Welt. Durch ein riesengroßes Fenster floss der Morgen in den Saal. Blau und winterlich. Durch rot lackierte Sprossen. Alle Wände waren bunt bemalt mit weihnachtlichen Szenen. Schlitten glitten durch verschneite Dörfer. Elfen trugen Lichterkränze auf dem Kopf. Zwerge bliesen in Trompeten. Und auf silberhellen Schienen dampfte eine Spielzeuglok heran. Aber dieser Zug war echt. Wie auf einer Achterbahn zwirbelten und drehten sich die Schienen durch den Saal. Stiegen hoch und senkten sich auf rotkarierte Betten. Fuhren drumherum und unter ihnen durch. Lauter frisch gemachte rotkarierte Betten. Aber keines ist auf unsere Wanne liegt. Puderzucker steugte von den Schienen. Als die bunt lackierte Lok jetzt kurz auf unsere Betten nahm. Die Waggons gefüllten mit Süßigkeiten. Und auf einmal sprang die Tür des Führerhäuschens auf. Trinken und essen. Niemals vergessen. Ein Spielzeug kleiner Nussknacker mit pelzbesetzter Mütze warf uns eine Kusshand zu und dampfte weiter weg. Komm mal mit. Ich bin da. Ein Zwerg. Du bist ein Zwerg. Und dies ist eine Schule. Die Schule der Weihnachtsmänner. Der Stolz des Universums. Unsere Absolventen sind die Riesen des Gewerbes. Keine Gnome, keine Bichtel, keine Weihnachts-Zwerge. Mütze ist kein Zwerg. Was sonst? Er ist mein Bruder. Ach, tut mir leid. Es gibt Statuten. Keine Zwerge, keine Stammler, keine Rollstuhl-Zwerge. Hast du Ohrprobleme? Alle drei kommen. Die Tim, Schwede, Bruder Zwerg. Leider ist Gewalt kein Mittel, um den Weihnachtsmann zu überzeugen. Aber nicht. Okay. Die Motte ist dabei. Jetzt lass mich runter. Haben Sie sich wehgetan, Herr Doktor? Habe ich Ihnen nur gestreichelt. Trotzdem. Danke. Husch, bevor die Tore schließen. Und betet, dass der Weihnachtsmann die Motte nicht bemerkt. Wie hämmerte mein Herz, als wir dem Strom der Schüler folgten, die sich durch einen langen Flur ins Freie drängten. Die Luft war knisterkalt, der Himmel blau, die Sonne wie gefroren. Die Schule klebte wie ein Schweibennest an einem Fels, von dem ein schmaler Pfad hinab in schwindeligste Tiefen führte. Was? Als wir nach oben blickten, sahen wir die bunt gescheckte Kolonie aus Zimmerchen und Häuschen, die sich in die Felswand kreipten und verbunden über Brücken, Leiterchen und Treppchen bis zum Gipfel reichten. Gehört das alles zur Schule? Der Nebelberg, mein Hübscher, ist die Schule. Klassenräume, Sprachlabore, Werkstatt und Fabriken. Euer Schlafsaal ist nur einer unter vielen. Alles, was du siehst, gehört dem Weihnachtsmann. Oben war der Berg gekrönt von einer Wolke, die wie Zuckerwatte um den Gipfel saß. Aus dem schimmernd weißen Nebel schraubte sich in einer glitzernden Spirale.